Ich bin der Rastermann und bin also heute bereit. Bereit für das größte Ding. Wir in ein Team wieder, Chris. Yo, dann wollen wir in der... Wollen wir Fahrer sein? Ja. Dann komm du rüber im Vollzeit-Taco, du musst auch rüber gehen. Bring einen Navigator aus dem Team zu einem Transport. Hier ist einer zu mir einsteigen. Okay, wir müssen... Ihr müsst die App Trackify benutzen. Äh, ja. Nächste links. Wohin? Nächste oder links. Links ist der Erste, der war da gerade hinter uns. Der fällt gerade weg. Links, 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 der Warnung. Ah. Ey, das ist... Ey! Das ist unserer. Ich hab ein Foto gemacht. Das war gerade nicht. Hier links? Links, links, ja. Runter herfahren, ja? Ja, der ist aber ziemlich weit weg, weil die Position ändert sich nicht, wenn wir gerade ausfahren. Der war über uns. Das heißt, der war über uns auf der Straße. Also doch über uns. Also doch unten! Ja, jetzt ist er anscheinend unten. Willst du mich rollen? Jetzt fahren die zu dem hin, wo wir hinwollen und wir fahren hier die ganze Zeit hoch, runter, hoch, runter. Mein Gott, ey, das ist hier Teamarbeit. So, woher? Geradeaus einfach. Okay. Kommt der uns entgegen oder fährt der weg? Der ist vom Radar... Der müsste im Parkhaus irgendwo sein. Im Parkhaus! Ja, warte, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Du bist nur verarschen. Vorne links ist mit dem... Oder geh, fahr mal da links in die Straße rein. Im Parkhaus ist doch kein Postwagen. Ach da. Da ist er doch. Oh, was ist denn da vorne? Warte, ey. Hier sind sie wieder bei uns! Nein, du fahr mal ein Stück zurück. So lang? Fahr mal ein Stück zurück. Du musst doch nur ein Foto machen. Was machst denn du? Ey, ist so doof, ein Foto zu schießen, Alex! Du fährst einfach nur scheiße. Links und geradeaus. Du musst vom Nummernschild ein Foto machen. Ich hab den gerade nur von der Seite gesehen. Hier ist doch kein Nummernschild! Da steht, mach ein Foto vom Nummernschild. Also doch hinten, wo ich war! Ey, willst du mich eigentlich rollen? Da! Jetzt steigt doch... Jetzt steigt der aus! Der ist doch schon längst weg! Du hast das Foto immer noch nicht gemacht! Ich... Ey, nee, Alex, ich hab hier... Nee! Da, jetzt mach das scheiß Foto! Von hinten, da! Ja, jetzt, warte, so. Boah! Jetzt! Ey! Nee! Und mit sowas müssen wir uns hier rumschlagen. Marco, das nächste Mal steigst du bei mir ein. Oder Alex. Aber ich mach's alleine. So, Taco, jetzt. Foto machen! Ja, warte. Ja, das... Treff ich aus dem Winkel. Nein. Nein. Das ist der Hammer! Du bist so unfähig! Er kommt von hinten mit gefühlten 300 km angefangen und macht das scheiß Foto! Und du... Kann ich auch den Winkel treffen? Ich muss mal kurz berechnen mit meinem Geodreieck! Ich stehe den Transporter. Da, klau ihn! Die dürfen uns übrigens nicht bemerken, ne? Wie sagst du? Wir müssen den klauen! Wir müssen den klauen! Ja, aber... Halte die Namen, halte die Namen, halte die Namen! Ich hab doch vom Motto gefahren, ey! Ich hab doch nur die Sterne, oder? Also, ich hab keine. Ja, ich hab... Ich hab nur Sterne. Hoi! Einparken. Hallo! Wollte der Griff mich nur umfahren. Ich bin da nicht im Auto drin, das war Marco. Der mag mich umfahren. Oh... TACO PLATIN?! Wie hab ich das geschafft? TACO PLATIN?! Ey, diese Spiele, wir werden mich doch gerade verarschen, oder? Der Unfähigste aus der ganzen Gruppe, ne? Nicht schießen! Nicht... Dein Scheiß-Ernst, Alex! Hätte man die Scheiß-Jet-Skis nicht woanders hinstellen können? Zum Beispiel am nördlichsten Punkt der Karte? Wieso bist du schneller? Ja, aber ich bin einfach besser als du. Ach, besser! Wind-Schnittiger. Meine Russell-Locken machen den Wind nicht gut durch Kropf. Wir sind eh schon alarmiert, also können wir irgendeine Waffe nehmen. Wann wir entscheiden jetzt? Wann wir den Heli runterholen? Ja, ich hol den Heli runter. Ich will den Heli runter. Ey, hör auf mich zu bewegen, quasi. Ich wollte mit dem Scharfschützengewehr machen, aber okay. Da ist er! Arnold Schwarzenegger. Ah, wie Schwarzmann. Oh, Lüch, ey! Hau ich in einen rein! Das bist doch du, oder? Ihr seht alle gleich aus. Ihr müsst der Raster-Mann, oder? Ich bin der Raster-Mann, ja. Mit voller Raster. Oh mein Gott, ein Polizeibot. Mein Polizeibot. Oh, ey. Er ist aber mutig. Oh. Ich möchte das Hemd haben, was er anhat. Das muss ich jetzt machen. Jawohl. Oh Gott. Ey! 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 Nein, nein, wir können die Jet-Skis nehmen. Sperre? Nein, 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 nein. Das ist eine Brücke nur. Ey, nein, ey! Überfahr mich nicht! Boah, nee. Alter. Fuck. Ich verstehe es nicht, wir sind... Weit und breit kein Scheiß-Hindernis, ein riesiger See und du schaffst es irgendwie zu verrecken. Keine Auslandpolizei. Keine Auslandpolizei. Nein, ohne Scheiß, mit denen, nein! Das ist ein Mensch, den man nicht braucht. So, ich stehe jetzt hier an dem Steg hier aus. Das Problem ist nicht, dass es dann irgendwie Bullen kommen werden, während ich warte. So, ich stehe jetzt hier an der Straße. Kommt! Ich stehe den Kreis einfach. Marco, komm doch hierhin! Wohin fährst du denn alleine? Soll ich den Alex jetzt mitnehmen? Oder soll ich... Hier! Soll ich alle mitnehmen! Ja, okay. Wir brauchen zwei Autos. Wir brauchen eh zwei, außer sich. Weiterfahren. Ich hole uns auch noch ein Auto. Steigt ein, hier. Wieso kommt der Ochse nicht? Rette Avi Schwarzmann! Du lässt ihn da alleine! Der verfolgt mich ja nicht, der Homo! Du musst immer in der Nähe von dem bleiben, sonst läuft der nicht! Spielst du das erstmal das Spiel, oder was? Alex, das nächste Mal möchte ich, dass wir die heiß alleine spielen mit irgendwelchen... Meinetwegen randoms. Warte, ich fahr über den Berg, dann sind wir die Bullen los. Genau. So, ich hab die Bullen weg. Muss ja jeder nette zwei Minuten sein, weil einer noch ziemlich weit weg ist. Ich glaub, die Polizei los. Ich glaub, wir haben es schon geschafft. Easy! Natürlich! Mein Gott! Hör auf dich so zu regeln! Der macht mir Angst. Hör auf, was mein Apartment! Du stinkst! Lenke die Crew ab und bringe den Wagen zu Page. Machen wir ne? Easy! Ja, ich würd auch sagen, easy, Alex, aber da ist ein Marco und ein Taco. Ja. Wir wollen ja auch ne Herausforderung haben. Na, das wär uns einfach zu einfach. Wir sind motiviert! Yeah! Yeah! Juhu! Wir wachten die Tür auf! Ey, wenn jetzt hier einer rausschießt, dann klatsch ich hier aus der Scheißgruppe raus! Guck mal, ich schneide, da ist ein Porsche. Wir haben ja auch nen Spoiler oben drauf. Genau! Daran liegt's! Du willst Nitro? Scheiß drauf, hier hast'n Spoiler! Auf deinem Van! Sales oder nicht sales? Wir schießen die alle mit Leuchtbespolen ab. Es wird nicht angefahren! Hey, hier rechts ist noch irgendwo einer nach oben drauf. Oh, ich bin gleich tot! Dann begib dich in Deckung! Oh, ich bin auch fast tot! Woher schießen die denn? Jeder rennt hier frei rum! Ich bin auch tot! Oh mein Gott! Chris, bitte nicht sterben! Marco, bitte nicht sterben! Lass mich fahren! Nein! Ich bin Fahrer! Raffst du das irgendwie nicht! Hat man dir das Lesen nicht beigebracht! Sonst zerstör ich den Van und wir fangen wieder von vorne an! Ich dachte, dass einer einen wieder Van zerstört! Was?! Da ist der Computer drin! Leute, ich kann den Van nicht zerstören! Pickt euch mal! Du bist halt zu schwach! Ja, wie gesagt, wir haben die Spoiler! Oh mein Gott! No, Mann! Ernsthaft! Sehr finde ich jetzt, Frecke! Das ist nicht meine Schuld! Super geparkt! Ey, müssen wir jetzt im Transporter... Boah, ey! Wir müssen erst mit dem Transporter dahin! Boah, ey! Boah, ey! Boah, ey! Boah, ey! Ist der in Ernst?! Wir müssen aber alle einsteigen! Ey! Warte, ist hinten keiner mehr! Jetzt sind wir da! Jetzt sind wir da! Boah! Das hat den großen Unterschied gemacht! Komm, wir gehen uns noch ein bisschen taktischer vor! Ähm! Ähm! Kann man so unfähig sein? Ohne Scheiß! Ich hab noch die Hälfte von meinem Leben so gut wie gehabt und er stirbt trotzdem! Ja, weil ich der Erste... Ne, nicht weil, weil, weil! Weil du unfähig bist! Das ist das einzige Weil, was gibt! Wieso den letzten? Das sind zwei! Zählen kann er auch nicht! Mir wird auch nur einer mit sein! Mir werden zwei angezeigt! Mir werden zwei angezeigt! Ich bin tot! Oh! Ja! Ich hab beide geholt! Zwei! Ey! Alle Gegner sind tot! Alle sind tot! Und er stirbt trotzdem! Das ist dasselbe, wo wir mit dem die Stealth-Mission gespielt haben! Da war der genauso unfähig, da einmal unbemerkt durchzurennen! Der konnte mich da gar nicht sehen, weil ich in einem Busch war! Das geht gar nicht! Buschkind! Sieht man trotzdem! Ich steig hier aus! Nein! Wir müssen alle da sein! Wir müssen alle da sein! Der ist so behindert, der Mensch! Ey! Du läufst! Du läufst! Du läufst! Das ist so! Nein! Den machen! Lass mir nie wieder hier einen Heist mitspielen! Das ist zum Glück der letzte! Lauf! Wo fährst du hin? Ey! Du bist doch unfähig! Du hast nichts anderes verdient! Snipe ihn! Da oben! Boah, ich bin fast im Arsch! Ich geh kurz in Deckung hier! Steig in den weißen Transporter! Wo ist hier ein weißer Transporter? Ja! Das Problem ist umsonst! Videorekorder geklaut! Haha! Warte! Bist die Lockvögel! Ihr müsst! Ihr seid die Lockvögel! Ich fahr zu letzter Fabrik! War ja easy going! War gar nicht wo das Problem war! Alter! Der wird jetzt gescheitert, ne? Ja easy! Nein! Dieser Mensch ohne Scheiß! Ja klar! Nein! Du bist! Scheiß! Du bist! Du bist echt unfähig in Person! Der größte nur paar Platine! Ja! 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 Ja!